Ja. Das ist die zweite. Schwierig haben sie die Worte. Ich bin hier mit Frauen in der Schule. Da ist der Kaffee! Wow! Da! Da ist auch einer. Wir haben einen Kaffee. Ah! Wir sind hier mit dem Kaffee. Ja. Wie sind die Worte im Knoblauch? Ja. Ja. Schöne. Wunderlich. Wunderbar. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Okay, eine Woche Amrum ist vorbei. Wir haben jetzt noch eine. Das ist heute genau auf dem Tag, sieben Tage hier. Und habt eben schon so ein paar Eindrücke bekommen. Leider haben wir die Drohne nicht steigen lassen können, weil es nur ganz wenige Stellen gibt, wo man überhaupt fliegen darf. Selbst da bin ich nicht sicher, weil es wahrscheinlich Landschaftsschutzgebiet ist. Und außerdem war der Wind auch sehr stark bis jetzt. Wir schauen mal. Ja, wir haben eine Menge Fahrradfahrtouren gemacht. Fahrradfahrttechnische Touren gemacht. Haben solche Beine vom Fahrradfahren. Und sind tierisch braun geworden. Heute gibt es heute gibt es heute. Heute gibt es gewittert, deswegen sind wir drin. Wir warten auf den Regen und die Abkühlung. Wahrscheinlich wie alle irgendwie in Deutschland im Moment. Und wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Jetzt gibt es Kaffee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.